Nach dem Skifahren sollte man den Ski auf Beschädigungen kontrollieren. Kleinere Beschädigungen werden mit dem Diamanten beoben. Gehreus auf der Beschädigungen, müssen Sie mit der Pelle beoben werden. Gehreus auf der Beschädigungen, müssen Sie mit der Pelle beoben werden. Zum Entschärfen von den Kraten hinter und vorne nehmen wir eine spezielle Kantengründe. Belagschäden werden mit einem Reparaturstift ausgelöst. Nach Abküllung wird der Überstand mit einer Plastik-Tänge abgeführt. Nach Abküllung wird der Überstand mit einer Plastik-Tänge abgezogen. Zur Tiefenwendigung wird der Schieb mit Grundwachs eingelassen und das Wachs im warmen Zustand abgezogen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020